Servus Leute, heute an diesem schönen Donnerstag, 28. September, im Wald, ist ein Betretungsverbot, das ist oberhalb von Wehrhalde, wegen Arbeiten mit Helikopter, genau. Es wird hier unter anderem auch an weiteren Orten auf dem Hotze-Wald Kalk vom Helikopter aus auf die Wälder niedergelassen, dass wieder die Bäume besser wachsen. Tolle Sache hier, weil es gehen ja ziemlich viele Bäume immer kaputt, die hier, die leben noch. Wir hoffen mal, dass die noch eine Weile leben. Untertitelung des ZDF, 2020